So, seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Thumbreda 3, Vers 13, passend 13. Ja, die gute Lara ist jetzt hier eingesperrt in dieser Zelle. Das ist jetzt das sechste Level namens Hochsicherheitstrakt, und zwar quasi das zweite Level vom Abschnitt Nevada. Und den sollte man, man kann ja die drei mittleren Abschnitte frei, also die Reihenfolge auswählen. Und da sollte man Nevada als erstes nehmen, weil man hier eben eingesperrt wird. Und guckst du, ich habe nichts mehr, beziehungsweise die Lara hat jetzt nichts mehr, außer den Invaderstein. Also mit dem kann man jetzt natürlich nichts anfangen. Und ich habe ein kleines Medipack, habe ich alles weg, Waffen, Munition, Fackeln, alles weg. Alles, was du gesammelt hast, ist weg, eben durch diese Einsperrung. Immerhin haben wir ja eine schicke Aussicht mit dem wunderschönen Abendrot. Ich habe auch nicht, ich habe nicht mal Fackeln. Ich kann jetzt nicht mal, man kann hier das wunderschöne Bett beurteilen, begutachten, das schöne Waschbecken. Und da ist zu. Wir sind eingesperrt, Freunde. Es ist eine Tür, Lara kann laufen. Also es ist eine Tür, die man irgendwie öffnen kann. Man kann auch ganz leicht rausgucken. Ja, wie komme ich jetzt da raus? Man kann auch nichts schieben. Und was weiß ich, also nichts. Man kann oben nirgends raus. Es ist zum Verzweifeln. Mäusemelken. Man kann auch die Klospülung nicht betätigen. Wie komme ich jetzt raus? Jetzt, wenn du mal genau guckst, da musst du jetzt schon wirklich wahnsinnig genau gucken. Dann siehst du hier grüne Laserstrahlen am Fenster. Siehst du die? Ich muss im Vollbild gucken. Laserstrahlen kommen jetzt ab jetzt öfter vor und bedeuten meistens nichts Gutes. Lösen also meistens die Falle aus oder sind von Haus aus irgendwie tödlich. Hier in dem Fall allerdings, wenn ich jetzt die Laserstrahlen, das ist quasi so eine Art Alarmanlage. Wenn ich jetzt da hingehe, ja lange Rede, kurze Sinn. Ich muss da reingehen und dann geht die Tür auf, dann kommt die Wache nachgucken. Und da ich aber keine Waffen habe und die Wache mich, ja, die wird, was weiß ich, die erschießen. Ich glaube, Pisole hat ja keine, aber Boxen. Also ein Lara kann da auch nicht boxen. Kung Fu oder irgendwas. Also lange Rede, kurze Sinn. Nachdem, ich lese mal hier von meinem, ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ich habe einen Savegame-Editor auf meiner Homepage larawet.de, auf der Download-Seite ganz unten, mit dem könnte ich jetzt hier das Savegame mit Waffen da bestücken und alles. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Aber wir machen es mal streng nach. Ich versuche, also hier spiele ich ganz ehrlich, ohne Cheat, ohne alles. Das Einzige, was ich hier ab und zu, was ich hier reinmogle, sind mehr Fackeln, damit ich hier das Video immer gut ausleuchten kann. Ansonsten ist ja alles echt, ehrlich, ohne doppelten Boden. Also wir spielen hier ehrlich weiter. Wenn ich jetzt aufmache, also wenn der reinkommt, müssen wir raus und das Prinzip ist, in den anderen Zellen, da sind noch viele andere Zellen, sind auch welche eingesperrt und die helfen dir. Die Idee ist, du musst schnell raus, die anderen Zellen aufmachen, deine Kollegen rausholen und die helfen dir dann. Du selber kannst nicht boxen oder irgendwas, leider, also die Lara, aber die anderen Kollegen, die eingesperrt haben, wenn du die befreist, verstehst du, jetzt probieren wir das mal. Also ich muss da rückwärts reinspringen ins Fenster, jetzt geht die Tür auf, jetzt kommt die Wache rein, jetzt muss ich schnell runter und jetzt schauen, jetzt schnell, dass ich schnell die anderen Zellen, der ist unfreundlich, die anderen Zellen aufsperre, oben, die sind oben, bekomme ich jetzt da, muss da, ah ja genau, ich muss jetzt schnell versuchen, die anderen Zellen aufzumachen, jetzt kommt da einer, oder kommt da einer, das war meine Zelle, oder? Ne, ah, der kämpft schon, siehste, haha, Erfolg, da waren, oh, da sind schon zwei, siehste, das sind jetzt meine Kollegen, die haben jetzt den hier erledigt, siehste, gut, da ist auch wieder eine schicke Zelle, da ist es natürlich kein Laserstall mehr, aber man kann, diese schicke Farben schon her, das Abendrot, ist das nicht herrlich, gut, also wir haben, jetzt können wir schon mal speichern, wir haben immerhin erfolgreich uns befreit, so, auf der Seite haben wir jetzt alle, die wir offen, oder? Der hat leider keine Waffe, der liegt, das war meine Zelle, oder? Da waren wir schon, da, das geht nicht auf, oder? Hat keinen Schalter, jetzt machen wir mal rein, Spaß ist aber noch die anderen Zellen auf, siehste, das sind meine Kollegen, hallo, grüß dich, grüß dich, Kollege, jetzt machen wir rein, Spaß ist, weil wir brauchen die später auch nochmal, also, kann nie schaden, Kollegen, wüsste, Kollegen, kann nie schaden, so, da ist auch nichts drin, die haben nicht mal einen Fernseher, da ist auch nichts drin, aber wir haben wieder ein paar Freunde gewonnen, machen wir das auch noch auf, da, so hoch, ja, und wie kommen wir jetzt raus, da unten ist zu, da ist zu, und wat nu, aber ist das nicht eine schicke Gegend, schau her, ist das eine schicke, Area 51, Hochsicherheitsstruck, Wahnsinn, du kommst ja nirgends raus, da ist zu, da unten ist sonst auch nichts mehr, wie kommen wir jetzt raus, namely, hier, hier, oder? Schau her, so, wenn wir jetzt da hin, und wir haben leider keine Fackeln, das ist ein Ding, den man schieben kann, siehste, und jetzt kommt ein Kistenrätsel, hoppla, hufpla, ein Hilfsräter mitgefangen, öffne alle anderen Zellen, und springe in der letzten Zelle, das ist die hier, in die Nische im Waschbecken, so, nun kommt ein lustiges Kistenrätsel, schiebe die erste Kiste weg, also wegschieben, ich kann jetzt leider kein Licht machen, weil ich keine Fackeln hab, so, jetzt schieben wir die erste Kiste weg, hoppla, und jetzt kann man da reinkriechen, siehste, warte, Moment, so, jetzt kann man da reinkriechen, und da weiter, oder? Ich kann, wie gesagt, leider keine Fackeln haben, jetzt sind wir bei der zweiten Kiste, unserer zweiten Kiste, die du auch wegschiebst, äh, schieben, jetzt müssen wir rechts die erste Kiste sehen, oder? So, jetzt haben wir rechts, jetzt siehst du rechts wieder die erste Kiste, die du zweimal schiebst, zweimal schieben, na komm, komm, Kollegen, zweimal schieben, also einmal, noch hoch, da oben, zweimal, zweimal schieben, das ist da oben, warte, wir müssen aber da anders raus, zweimal hoch, kann man dreimal schieben, da schau her, ja, wir müssen da normal nicht mehr, kann man auch dreimal schieben, gut, jetzt sehen wir rechts wieder den Kriechtunnel, da, jetzt, zweimal, sodass der Kriechtunnel wieder erscheint, dann ziehst du, ziehst du die zweite Kiste zweimal heraus, verstehst du, die zweite Kiste, das war die, jetzt ziehen wir die zweimal, zweimal, zweimal ziehen, einmal, zweimal, zweimal, das Spiel ist jetzt fast 20 Jahre alt, Wahnsinn, jetzt können wir wieder da zurückkriechen, da waren noch richtig Rätsel und Logik und so Scherze, siehst du, da ist wieder meine erste, was ist denn da oben, da müssen wir später mal hin, oder? und, ach, er lädt, ach, das war ein Hymnis, ach, deswegen, das war Hymnis 1, genau, prima, weil es nämlich da oben jetzt weitergeht, oder? huch, warte, ja, komm, so, aber Achtung, da wird es jetzt happig, das ist, boah, ist das schick hier, schau dir das an, oh, ich liebe Tomb Raider, also nicht alles, aber Tomb Raider 3 ist schon echt Hammer, und wenn es genau, wenn es die Lautsprecher aufdreht, hörst du auch die Grillen, die Zirpengrillen, die Grillenzirpen, Züngrippen, peng, speichern, ist das nicht schick hier, dieser Abendhimmel, aber Achtung, hier wird es schlimm, warte, nach oben, geh dort bis zur Kante mit dem Stacheldraht, oh, oh, Stacheldraht, ich kann leider keine Fackeln, wann machen, oh, oh, Kante, Stacheldraht, komischerweise sieht man den nicht, äh, kaum, hörst du da die Grillen, geh zwei Schritte zurück, einmal, zweimal, oder? gehe zwei, Stacheldraht, trete zwei Schritte zurück, und spring mit Anlauf in die Grube, peng, hinter uns ist Stacheldraht, und da hinten ist es wieder Stacheldraht, oder? zieh dich hoch und geh durch den anderen Stacheldraht zum Schalter, so, jetzt gehen wir mal, Stacheldraht gehen, das ist wie die Glasscherben in Tomb Raider 2, wenn man läuft, ist man tot, wenn man geht, dann geht's, sagt der an der Name schon, oder das ist, das sind einfach logische Spiele, bei gehen geht's, das ist Stacheldraht, zieh dich, komisch, dass der, äh, jetzt irgendwie, da ist noch mal Stacheldraht, die schwarzen Pünktchen, siehste der, das sollte eigentlich, jetzt schalten wir den Schalter, sagt der an der Name, jetzt gehen wir wieder zurück, oder? äh, der die Luke, da steige links auf den Vorsprung und lasse dich von dort zur Leiter, Leiter hinab, an der du nicht nach unten, sondern in die grüne Öffnung steigst, weil da unten ist auch der Stacheldraht, oder? seh ich jetzt nicht, wir haben ja keine Fackeln, Freunde, da in die grüne Öffnung, das ist die, oder? ping, grüne Öffnung, steigst, folge dem Gang, wobei du über die graue Bohnenluke springst, folge dem Gang, wobei du über die graue Bohnenluke springst, bis zum Ende, ja, ich kann leider keine Fackeln einschalten, ist das gruselig, da kann der Resident Evil einpacken, jetzt geht die nicht her, hallo, folge dem Gang, oh, Resident Evil ist ein Dreck dagegen, über die Luke springen, ach du, weil die geht auf, oder? warte, das ist eine Falltür, warte, schauen wir mal, ist das eine Falltür? ahhh, ja, das ist, da wollte man noch gar nicht hinladen, also über die Dingen springen, springen, deswegen ist da auch die Decke höher, boah, ist das, sind das Farben, hallo, oh ne, ich bleibe jetzt hier, dann schau ich mir das an, das ist schick, oder? so, oh, ist das schön, oh ne, oh, ist das schön, so, jetzt gehen wir da weiter, das waren noch Spiele, hallo, oh, ist das, oh ne, ich kriege, schau die Decke, ich kriege mich gar nicht mehr, oh ne, da laufen wieder ein paar Leute rum hier, oh ne, Bodenluke springst, ähm, bis zum Ende, wo du rückwärts auf die andere graue Luke gehst, und hinunterfällst, laufe sofort rechts, äh, genau, also rückwärts auf die Bodenluke gehen, warte, wo geht's denn da hin, ach, das ist nur ein Ding, Bodenluke rückwärts, weil dann kannst du gleich loslaufen, das ist jetzt auch wieder so eine Falltür, jetzt bei haben wir, weil jetzt kommen, da sind wieder, ist das, ist das, schick hier die Decke, schau dir das an, schau dir das an, ich kann nicht mehr, das ist so schön, oh ne, spiel sichern, da schmeiß ich doch jedes andere Spiel weg, für die Grafik, schau die Grafik, oh ne, oh komm, da schmeiß ich jedes andere, aber hallo, ähm, wo du rückwärts und hinunterfällst, laufe ich sofort rechts in den Kontrollraum und drücke den Schalter an der Wand, dann kommen deine Freunde, siehst du, jetzt lädt er nach, rechts in den, ah, der schießt, au, der da, oder, au, au, wo ist er, siehst du, jetzt schauen wir, peilen wir mal die Lage, da liegt eine Kontrollkarte, die hat der hinterlassen, die nehmen wir jetzt, und Fackeln oder irgendwas, warte, das war jetzt die Kontrollkarte, und Shotgun Munition, Patronengewehr, naja, siehst du, da, auch, da waren wir eingesperrt, da oben, siehst du, jetzt, und da hinten sind wir raus, und jetzt sind wir hier, jetzt ist da nicht dürfen, oh, ein Kollege ist tot, oh weh, du armer, paar Kollegen haben wir noch, so, jetzt begutachten wir mal, hier, hier, oh, den schicken, Kontrollrahmen, also da sind wir runtergekommen, und haben da den Hebel verdrückt, und jetzt schauen wir mal, da schaut ihr das an, ist das denn, hallo, oh nee, ist das nicht super, Jagd auf roter Oktober, kennst du den Film, das ist hier, Jagd auf roter Oktober, oder, boah, ey, hallo, oh nee, ist das schön, gut, Freunde, jetzt weichern wir, wir haben die Code-Karte, die brauchen wir, was machen wir mit der, Code-Karte Typ A, damit öffnest du das Gitter, welches Gitter, hm, damit öffnest du das Gitter, so, was für ein Gitter, was für ein Gitter, da nicht, da ist kein Gitter, ach der, ja, finden wir, das finden wir schon, beng, Gitter, Salzgitter, das ist eine Stadt in, Südschweden, oder wo, nee, Salzgitter, welches Gitter, Freunde, das war doch schon, finden wir gleich, warte, das da jetzt, oder, genau, schau her, wir haben das Gitter, und speichern, spiel sich an, und gehst in den linken Gang, ohne Lösung, kommst du hier keine 5 Meter weit, linken Gang, warte, kommt da jetzt einer, äh, um per Schalter, das WC zu betreten, das berühmte, das gab es in Tomb Raider 3, schau her, dachte, das gab es erst in der Chronik, schau her, mit Klobapier, ich krieg Flöhe, dachte, die Chronik wäre das erste Spiel, dabei gab es das ja schon, im Dreier, seitdem gibt es in jedem modernen Drecksspiel, ein Scheißhaus, Entschuldigung, das kommt von Tomb Raider, die waren Dekordesign, war die erste, die diesen britischen Humor, hier mit Klobapier Humor, very British, erfunden haben, seitdem gibt es in jedem Scheißspiel, ein Scheißhaus, wirklich, ist so, speichern, das haben die alle, machen die alle der Lager nach, hier, hallo, spiel sichern, ähm, wo sind wir denn, Schalter, das WC, durch die andere Tür, erreichst du einen Lagerraum, na, das machen wir doch, komm, Freunde, da kenne ich, aber sowas von nix, reichst du einen Lagerraum, ach, hallo, ah, jetzt kommen wieder ein Kisten, Kisten, die M12, hier die M12, die M12 Kiste, das gibt es seitdem, warte, da müssen wir, wo du die letzte Kiste mühevoll unter das Loch beim Eingang schiebst, da müssen wir da rauf, oder, da müssen wir rauf, ich habe immer noch keine Fackeln, da müssen wir, auf die letzte Kiste, warte, die da, oh, warte, die kann man schieben, warte, oder, ja, wie, die, die muss ich jetzt hatte, mühevoll, ja, da muss die hin, die kann man nicht schieben, ne, also, ich muss die, ja, ist wurscht wie, unter das Loch beim Eingang, das kann jetzt, du kannst Kaffee trinken, ich würde ja gerne Fackeln anmachen, aber ich habe keine, unter das Loch beim Eingang, ich trinke auch Kaffee, kann ein bisschen dauern, ja, es geht nicht anders, Freunde, man kann auch über die Kiste springen, wenn man willst, oder, nee, kann man nicht, halt normal schon, aber, siehste, die hat eine andere Farbe, oder, wenn man genau hinschaut, oder, nee, täuscht das, ja, so ist das hier, Wahnsinn, Klo, das erste Klo, ich dachte wirklich, das wäre erst im fünften, du mal der fünft gewesen, das erste Klo, dabei gibt es das hier schon, da muss ich meine Meinung revidieren, möchte jetzt, wirklich, dachte echt jetzt da, so, jetzt können wir da, rauf, da kommt einer, oder, oh, 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 komm, schau dir das an, und da bleibe ich jetzt, was müssen wir denn da machen, nix, warum, ich muss da rauf, oder, was soll ich denn da, klettere auf die Kiste, und nach oben, dort springst du über ein Rohr, und drückst in der Ecke, oh, nee, den Schalter, da ist das schick, warum könnte ich, die Spiele heute nicht auch so, auch so sein, was hat der, was macht der, der Schalter, weiß das einer, aber hoffentlich keine Zeit, Zeit, Tür, ja, Zeit, Türen kommen auch noch, ah, jetzt ist da Wasser drin, ich gebe Flühe, oh, nee, Speicherung, ich bin sichern, äh, der Lagerraum ist jetzt etwas feucht geworden, steht in meiner Lösung, tauche in die andere Ecke und nach oben, na, das machen wir, jetzt ist das Klopapier kaputt, schau, jetzt kann man sich nicht mehr, das Gesäß reinigen, ah, das ist die Erfindung des feuchten Toilettenpapiers, oder, oder, garantiert, Scheiße, jetzt habe ich es wieder verkeiert, ah, nee, ja, komm, war ich wieder zuvor laut hier, ah, nee, wo habe ich ihn gespeichert, doch, zum Glück, ich habe hier gespeichert, ja, fahre ich wieder mal, ja, du kannst keine fünf Sekunden, was machen, ohne, so, jetzt aber langsam, warte, ja, weil man das auch nicht sieht, Mensch, Scheiße, da ist die Brennend, Entschuldigung, da hören wir auch schon seltsame Geräusche, jetzt aber sprechen, äh, steige der Aushalt im Gang, wobei du über das heiße Loch springst, und so wieder nach draußen an die frische Luft kommst, ha, hallo, also da, da müssen wir später rein, das ist die Küche, das ist der Herd, siehste, da müssen wir später noch rein, da brennt es jetzt aber noch, also kommen wir da wieder an die Fresh Air, oder, warte, hallo, oh nee, ah, jetzt kommt die nächste Aktion, oh, 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 da werden Erinnerungen machen, da kommt die nächste Aktion, ja, die beiden hinterhältigen Gruben sind mit Anlauf kein Problem, hinterhältige Grube, Stacheldraht, wenn du genau hinschaufst, hinterhältige, zweite hinterhältige Grube, Stacheldraht, habe ich da gerade was gehört, jetzt kommt wieder heiße, also Action, jetzt warte, da kannst keine fünf Sekunden, warte, am anderen Ende geht es abwärts, wo zwei Schalter auf Abwechslung warten, na, das machen wir, dann machen wir das, zwei Schalter, hoch, da müssen wir noch rein, zwei Schalter, einer, und noch einer, warte, Boah, ist das, toll, das, oh, sind das, da kriegst du aber, Flüge, ah, jetzt ist der Herd, siehst du, da, wo wir vorhin verbrannt sind, das war der Herd, jetzt ist der BG-Bar, der Herd, jetzt warte, oh, ne, ich sag jetzt nichts mehr, komm, ist das nicht, hallo, oh, ne, ich bleibe jetzt da, gut, ziehe dich dann wieder nach oben in den Gang, und kehre zu dem heißen Loch zurück, man könnte jetzt zwar auch da raus, aber wenn es so in meiner Lösung steht, dann gehen wir da, oh, ne, dann gehen wir da wieder rauf, die ganz Mutigen, die laufen und springen da natürlich in einem Stück durch, ist klar, die haben das aber dann vorher 50 mal geübt, wenn du so ein Video siehst, wo die in 5 Minuten durch das Level da laufen, dann war das der 20.000. Versuch am Stück, also, äh, ja, jetzt gehen wir zu dem, dem zurück, so, da, jetzt speichern, wie lange haben wir schon, oh, noch 4, 5, 5 Minuten, sicherheit sagt speichern, kehre zu dem heißen Loch zurück, wobei du diesmal bei den Gruben an der Wand vorbeihangelst, das habe ich jetzt da geschrieben, lass ich dich in die Küche hinab, das ist jetzt da und öffnet gegenüber dem Ausgang, jetzt siehst du jetzt, das ist der Herd war das hier, siehst du, da sind die Fressalien, Pizzablech und Lasagne, und der, oh, schau, und dergleichen, man, 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 ist das Wahnsinn, da ist die Kombüse mit Medipack, und der Fressraum, Speisesaal, da kann man, da müssen wir später rauf, da kommen wir jetzt noch nicht durch, da ist das Lasagne und, äh, Quiche Lorraine und, ähm, und, äh, Crème Brûlée, in der Reihenfolge, jetzt kriege ich gleich Hunger, nee, nein, jetzt gehen wir da raus, da ist das andere, da ist ein Schalter, aber Achtung, da kommen jetzt gleich wieder welche, oder? Speichern, da ist wieder was, das weiß ich, da kann ich mich noch erinnern, Spiel sichern, Sitz, äh, öffne gegenüber den Ausgang, dahinter sind wieder zwei Türen, öffne zuerst die Rechte, das ist dein Fluchttrick, öffne zuerst die Rechte, das ist dein, ja, ja, siehste, da ist der Mann, oh, der Mannschaftsspeisesaal, oh, hallo, nö, oh, nö, das, schau her, Speisesaal, das ist ja fast schon so Alien-Feeling, so ein bisschen, oder? Aus dem Film Alien, Mannschaftsspeisesaal, mit Alien, ah, das ist mein Fluchtweg, weil, da muss ich da aufmachen, da ist aber einer drin, namely, deswegen speichern wir da, das machen wir jetzt, nach und dann machen wir Pause, ach, das Spiel ist so, das begeistert mich doch schon her, oder, ist das nicht optisch, das ist doch Optik vom Feinsten, so ist, das ist doch Wahnsinn, ja, hallo, öffne zuerst die Rechte, das ist dein Fluchtweg, dann ist die Linke dran, hinter dir ein Böser wartet, laufe also wie der Blitz, eventuell Spurten, durch den Speisesaal und die Gänge zurück in den Zellentrakt, wo deine Freunde dir hilfreich zur Hand gehen, gut, okay, also, gefeiert haben wir, machen wir da auf, jetzt gehen wir da, ah, Spurten, hoppla, aus, Spurten, da irgendwo, oder, aha, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, darum, oder, warte, da, ah, 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 die haben es sauber schnell gemacht, ich habe immer noch keine Frage, ah, ah, die hat ein Medipack, ah, ein Medipack, ich bin, ich brauche Fackeln, Freunde, so, jetzt sind wir wieder da, siehst du, jetzt gehen wir zurück, wo der war, siehst du, da sind wir ins Schein, ins schöne, Klosett gegangen, vorhin da, und jetzt können wir da rumgehen, hoppla, in Mannschaftsspeisesaal, war ist der, nee, ist der schön, schau her, war ist der schick hier, Wahnsinn, da ist die Essensausgabe, und jetzt schauen wir mal, wo der hergekommen ist, da schauen wir, ach so, ja, nee, äh, ja, ja, da ist ein Schalter im Wesentlichen, gar nee, was macht der, schaust in seiner Schuhe nach, und drückst den Knopf an der Wand, der beim, der beim Eingang ist mehr oder weniger nutzlos, der hier, der da, der ist nutzlos, was ist denn da noch, sonst, da ist der Schmollwinkel, gut, da ist der Fernsehraum, ja, da kann man, ach, jetzt ruft meine, jetzt muss ich Schluss machen, jetzt speichern wir hier, und machen dann weiter, gell, okay, also tschüss, bis gleich, Freunde, und machen dann wieder,